Ahoi und herzlich willkommen zu den Elektroauto-News der Woche. Nach Redaktionsschluss letzten Freitag gab es noch eine fulminante Meldung. VW-Aufsichtsrat Herbert Diss tritt zurück und sein Nachfolger steht schon fest. Es ist der bisherige Porsche CEO Oliver Blume. Was der Rücktritt für den VW-Konzern in Sachen Elektromobilität bedeutet und welchen maßgeblichen Einfluss Herbert Diss auf die Elektrostrategie von Volkswagen hatte, was Oliver Blume bisher gemacht hat und wie es bei VW nun weitergehen könnte, all das werden wir heute ausführlich besprechen, sowie die Elektroauto-News der Woche mit den Preisen zum Polestar 4, Tesla will Servicezeiten wie bei einem Boxenstopp der Formel 1, ein Model Y und Model X am Mount Everest und Ford will auf LFP-Akkus umrüsten, um Elektroautos günstiger zu machen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim Instadriver. Für alle, die elektrisch fahren möchten, bietet Instadrive ein Rundum-Sorglos-Paket mit einem Fixpreis pro Monat. Zusätzlich kann jeder Elektroautofahrer in Deutschland die THG-Quote über Instadrive anfordern. Ihr zahlt keine Provision und bekommt 100% der Quote. So, wir starten mit einer ganz kurzen Info für alle unsere deutschen Zuseher. Aheu und Willkommen! Wir haben nämlich eine Spezialsendung für die neue Elektroautoförderung gedreht, wo ihr die wichtigsten Infos bekommt, wie es mit der Förderung weitergeht, wie groß die Fördertöpfe 2023 und 2024 sein werden und wann diese ausgeschöpft sein könnten. Also mit einer kleinen Empfehlung, wann es gut sein könnte, dass ihr den Antrag stellt, beziehungsweise ein Auto bestellt mit diesen langen Lieferzeiten. Ja, ihr wisst ja die Situation, wie sie gerade ist. Alles das gibt es in diesem Video. Schaut mal rein, würde mich freuen. Jetzt geht es weiter mit den Elektroauto-News. Ja, auch wenn es schon das ein oder andere Gerücht dazu gab, doch der Zeitpunkt kam dann nun doch sehr plötzlich und überraschend, nämlich jener, wo VW-Aufsichtsrat Herbert Diss zurücktritt. In einer kürzlich abgehalteten Sitzung kam die Nachricht an, die Öffentlichkeit und auch ein Nachfolger steht schon fest. Es wird der bisherige Porsche-CEO Oliver Blume werden. Doch wer genau eigentlich ist Oliver Blume? Bevor wir uns mit dem Erbe und dem Einfluss von Herbert Diss auf VWs Elektrostrategie beschäftigen, werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Person Oliver Blume. Oliver Blume ist 54 Jahre alt, ist bereits seit 1994 im VW-Konzern tätig. Erfahrungen in führenden Positionen bringt der gebürtige Braunschweiger dank seinen Jobs bei den Marken Audi, Seat, Volkswagen und Porsche in jedem Fall mit. Seit mittlerweile sieben Jahren ist er bei Porsche Vorstandsvorsitzender. Aufgrund seiner verschiedenen Funktionen und 28 Jahren Diensterfahrung im Konzern sei Blume nun die richtige Person an der Spitze, um die Positionierung der Marke weiter voranzutreiben. Herbert Diss hat den VW-Konzern in den letzten Jahren ja sehr konsequent in Richtung rein elektrische Mobilität getrieben. Mit der Entwicklung der MEB-Plattform zum Beispiel bereits ab 2015 hat Volkswagen heute, 2022, bedeutende Marktanteile in der Elektromobilität gewinnen können und solide Vorteile dadurch gegenüber anderen großen Herstellern. Der Marktanteil von VW-Konzern-Elektroautos liegt im ersten Halbjahr 2022 bei 15%. Im Vergleich dazu hat selbst ein Hersteller wie Tesla nur 10% erreichen können. Vor der MEB-Plattform hatte ja Renault eindeutig die Nase vorn mit 7,84% Anteil im Jahr 2015. Der Renault Zoe war das meistverkaufteste Elektroauto der Welt. Unter Herbert Diss ist die ganz neue Elektroschiene VW ID und gleich vier neue Elektromodelle auf den Markt gekommen. Vom ID.3, den ID.4 und den ID.5 bis hin zum ID.Bus. Aber die MEB-Plattform wird auch bei anderen Marken wie zum Beispiel Audi, Scola und Cupra verwendet und damit steht der Konzern Volkswagen mit ganzen 14 Elektroautomodellen von allen Herstellern am besten da. Andere Hersteller wie zum Beispiel der Hyundai-Kia-Konzern haben zum Beispiel nur 8 Elektroautos im Portfolio. Toyota sogar derzeit nur eines mit dem BZ4. Doch da bahnt sich ja schon ein Heer von neuen Elektroautos an. Ja, wie wird das Thema Elektromobilität also unter Oliver Blume weitergeführt werden? Kann VW diesen Vorteil, den sie jetzt erwirtschaftet haben, mit in die Zukunft nehmen? Erst Anfang Juli war Blume ja bei einem entsprechenden Interview zu diesem Thema geladen und befragt worden. Elektromobilität habe für Porsche höchste Priorität. Doch auch moderne Verbrennungsmotoren würden weiter gebaut werden. Der Porsche 911er zum Beispiel sei beliebter denn je bei den Kunden. Eine Hybridisierung wie auch aus dem Motorsport soll es in den nächsten Jahren auf jeden Fall geben und wird kommen. Blume unterstützt die von der Deutschen Ampelkoalition kommunizierte Technologieoffenheit. Er sieht also auch E-Fuels als Teil der Lösung. Dennoch sagt Blume, dass bei Porsche im Jahr 2030 mehr als 80% der Fahrzeuge voll elektrisch ausgeliefert werden sollen. Mit dem Taycan wurde bereits ein sehr erfolgreicher Anfang gemacht. Über 80% Elektro und dennoch steht Blume auch für E-Fuels. Wie passt das denn zusammen? Die Erklärung von Oliver Blume ist folgende. Weltweit gibt es mehr als eine Milliarde Bestandsfahrzeuge und Porsche gehört zu den Automarken mit den meisten Bestandsfahrzeugen, die noch im Umlauf sind. Also diese Autos sind teilweise sehr gut erhalten und könnten auch noch eine geraume Zeit weiter im Betrieb bleiben und halten. Da sie aber eben mit Verbrennungsmotoren funktionieren, ist Porsche natürlich daran interessiert, auch E-Fuels voranzutreiben. Denn E-Fuels könnten in Zukunft auch Oldtimer betreiben. Aber auch in anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel in Afrika, könnten E-Fuels eine ergänzende Lösung darstellen. Insbesondere auch deshalb, weil die Fahrzeuge ohne Umbauten betankt werden können. Das mit den E-Fuels sieht Oliver Blume aber nur als Zwischenlösung für die Bestandsfahrzeuge. Der primäre Fokus ist und bleibt auch unter Oliver Blume die rein elektrische Mobilität und damit wohl eine ähnliche Sichtweise, wie sie auch Herbert Diss hatte. Neben seinem neuen Posten als VW-Chef wird Oliver Blume auch seine bisherige Stelle als Porsche-Chef behalten, was die Frage aufwirft, wie sich das Verhältnis von Porsche und VW in Zukunft gestalten wird. Blume war auch in seiner bisherigen Tätigkeit schon immer ein Teamplayer, muss man sagen. In nahezu jedem Interview erwähnte er die Wichtigkeit jener Personen, die für ihn, also für Porsche, tätig sind. Deswegen ist es durchaus wahrscheinlich, dass der VW-Konzern insgesamt näher zusammenrückt. Auch wenn Porsche derzeit am Aktienmarkt einen eigenen Weg gehen wird, hier soll es ja nach aktuellen Plänen in Quartal 4 2022 zu einer Abspaltung vom VW-Konzern kommen, so dürfte Porsche und VW dennoch weiterhin voneinander profitieren, womöglich sogar noch stärker als vor der Aktienabspaltung, da der VW-Konzern die Einnahmen gut gebrauchen kann für Investitionen in die Elektromobilität, in Softwareentwicklung und Digitalplattformen. Herbert Diss war mit Sicherheit eine starke Figur an der Spitze von VW und auch eine treibende Kraft für die gesamte deutsche Automobilindustrie, muss man sagen. Auch seine Nähe zu Tesla-Chef Elon Musk hatte einen Impact, wie die Deutschen Herbert Diss gesehen haben oder immer noch sehen und vor allem sein Treffen und die gemeinsame Probefahrt des VW ID.3 mit Elon Musk ist auf YouTube viele Millionen Male geklickt. Herbert Diss wird aber am 1. September nicht mehr als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG tätig sein, dennoch wird er weiterhin bei VW tätig bleiben, nämlich als Berater und dabei auch weiterhin ein Millionengehalt beziehen. Sein Nachfolger Oliver Blume bringt aber ähnlich starke Ambitionen in Sachen Elektromobilität mit und wir können uns auf spannende Zeiten mit dem VW-Konzern unter Oliver Blume freuen. Der Nachfolger der MEB-Plattform wird ja ebenfalls bald kommen. Die SSP-Plattform ist für die zweite Hälfte des laufenden Jahrzehnts eingeplant und soll neben akkutechnischen Verbesserungen auch das Thema automatisiertes Fahren näher in den Fokus rücken. VW dürfte sich auch weiterhin unter neuer Führung mehr und mehr in Richtung einer sehr starken Elektroautomarke etablieren und transformieren. Wie Volkswagen mit dem Thema Software umgeht, könnte in Zukunft auch richtungsweisend für die ganze deutsche Automobilindustrie sein und vielleicht schafft es Volkswagen ja mit der Leitfigur wie Oliver Blume, eine alte und weltweit führende oder die alten und weltweit führenden Kompetenzen in die Zukunft zu tragen und damit die deutsche Automobilindustrie weiterhin als das Maß aller Dinge in Sachen Automobil zu platzieren. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Habt ihr auch diese Hoffnung? Ihr kennt mich ja, ich blicke ja immer mit Zuversicht in die Zukunft. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank an die Arbeit von Herbert Diss mit allen den Leistungen in der Elektromobilität und viel Erfolg wünsche ich Oliver Blume, denn die Elektromobilität, die erlebt gerade sehr, sehr spannende Zeiten und wohl den größten Aufschwung aller Zeiten kann man sagen. Ahoi, ahoi, sage ich ja nur und alles Gute. Alright, schauen wir nun zu unseren Newsflash-Themen. Und da bleiben wir gleich mal bei Porsche, genauer gesagt beim Elektromekan, der ja immer wieder als Erlkönig schon zu sehen ist und eigentlich Mitte 2023 auf den Markt kommen sollte. Dann hieß es eher gegen Ende 2023. Doch aus 2023 wird nun laut Porsche auch nichts mehr, denn Probleme mit der Software führen noch zu weiteren Verzögerungen. Dadurch wird Porsche seinen ersten Elektromobilität erst ab 2024 an Kunden ausliefern können. Von Porsche gleich zu Polestar. Kürzlich wurden ja die Preise für den Polestar 3 offiziell bekannt gegeben und auch die Info, dass der Polestar 3 in direkter Konkurrenz zum Porsche Cayenne stehen wird, nur eben rein elektrisch und preislich attraktiver. Jetzt gibt Polestar aber auch die Preise zum kommenden Polestar 4 bekannt und der soll sogar noch ein gutes Stück günstiger und attraktiver vom Preis her sein als der 3er. Ab 55.000 Euro soll es losgehen. Die Produktion des Polestar 4 wird nach aktuellem Stand Ende 2023 starten. Ausgeliefert wird das Modell dann ab 2024. Und ich freue mich drauf, denn in meinem niegelnagelneuen Polestar 2, ich hoffe ihr habt das Video schon gesehen, denn wir haben jetzt einen Polestar 2. Ja, und da freue ich mich natürlich auf Polestar 3, Polestar 4 und dass die Familie größer wird und mehr Auswahl von Autos von dieser coolen Marke da ist. Ich verlinke euch hier oben das Video von meinem neuen Elektroauto und warum ich mich gerade für dieses Auto, aber vor allem für diese Marke entschieden habe, denn darum geht es mir. Mir gefällt die Marke Polestar, was diese Marke transportiert und was diese Marke in Zukunft vorhat. Video gibt es hier oben, ich freue mich drauf. Also, eigentlich sollte die euch drauf freuen. Tesla will Servicezeiten wie Boxenstops in der Formel 1. Das klingt nach einer, ja, hetzerischen Meldung. Tesla selbst sieht ja seine Performance bei den Services seiner Fahrzeuge bereits gut, ja, möchte die Servicedienstleistungen aber dennoch weiter verbessern. Orientieren möchte Elon Musk sich dabei an den flotten Boxenmannschaften aus der Formel 1, kann man sagen. Bekommen Tesla-Fahrer also in Zukunft einen Reifenwechsel in 1,82 Sekunden, so wie bei Red Bull Racing im Jahre 2019 beim Brasilien Grand Prix war es, glaube ich. Also das wäre schon schön, aber nein, so ist es natürlich nicht. Aber Tesla will sich an den grundsätzlichen Abläufen orientieren und möglichst effizient und damit zeitsparend bei Service, bei Service, bei Services, sagt man Service. Auf jeden Fall zeitsparend bei Services arbeiten zu können. Denn klassische Serviceintervalle gibt es bei Tesla sowieso nicht. Also einen Tesla müsste man nie zum Service stellen und dennoch verliert man die Garantie nicht. Das ist fantastisch, oder? Ja klar, Scheibenwischer sollte man austauschen lassen, aber auch den Luftfilter zum Beispiel und die Bremsen könnte man sich mal ansehen lassen ab 100.000 Kilometer. Aber Tesla hat hier ein ganz anderes Geschäftsmodell als viele andere Hersteller und gerade darum ist diese Meldung von Tesla auch so interessant. Schreibt mir dazu in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr bisher mit dem Service bei Tesla gemacht habt und was ihr von der Meldung so haltet. Am Telefon, ich habe diese Woche mit Tesla telefoniert, geht es ja mittlerweile erheblich schneller. Da bin ich froh, weil ich hatte schon Zeiten, da bin ich stundenlang in der Warteschleife gehängt. Und schön ist es natürlich schon, wenn die Termine und Wartezeiten hier auch noch schneller abgewickelt werden können. Also danke Tesla. LFP-Akkus bei Ford. Ford will seinen Mustang Mach-E und zukünfte Elektroautos günstiger machen und daher auf LFP-Akkus umstellen, also auf Lithium-Eisenphosphat-Akkus. So soll der Mustang Mach-E mit dem kleineren Akku ab 2023 mit LFP-Zellen ausgestattet sein. Die Materialkosten sollen damit um 10 bis 15 Prozent sinken. Aufgrund der steigenden Kosten sei der Mustang Mach-E derzeit nämlich nicht mehr profitabel für Ford, weswegen die preisgünstigeren LFP-Akkus oder die Technologie dazu beitragen soll, die Rentabilität wieder herzustellen. Ob auch Kunden sich dann wieder einen Mustang Mach-E leisten können und sich darauf freuen, das ist die Frage. Ford hat ja seit einigen Wochen die Preise ziemlich massiv nach oben geschraubt. Warten wir mal ab, was da in Zukunft kommt und ob diese günstigeren Materialkosten sich auch bei unseren Kundenpreisen widerspiegeln werden. Eine Meldung gibt es noch von Tesla und zwar ein Tesla am Mount Everest. Ja, ein Tesla am Mount Everest? Geht nicht, oder? Ist doch viel zu kalt. Das schaffen die Akkus nicht. Falsch gedacht. Denn jetzt haben ein Model Y und ein Model X tatsächlich das Basislager des höchsten Berges der Welt erreicht. Das liegt auf 5200 Meter, also über dem Meeresspiegel. Doch die erste Fahrt eines Elektroautos war das nicht, denn schon 2020 schaffte es ein Model 3 bis zum Basislager. Die Fahrer des jetzigen Model Y und Model X hatten es wohl aber deutlich einfacher als noch das Model 3 vor einiger Zeit. Denn im vergangenen April hat Tesla gemeldet, sein Supercharger-Netzwerk auf dem Weg zum Mount Everest um 11 Stationen erweitert zu haben. Ja, die letzte Station mit zwei Stalls befindet sich demnach knapp 200 Kilometer vor dem Basislager auf 4300 Meter Seehöhe. In der Vergangenheit haben Berichten zufolge auch der Hyundai Kona Elektro und der VW ID.6, der ja vorerst nur in China kommt, bereits den höchsten Berg der Welt erklommen. Habt ihr das gewusst? Coole Info, oder? Ja, falls euch solche Meldungen interessieren und diese ihr in Zukunft nicht verpassen wollt, abonniert gleich unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke. Wir bemühen uns für euch schöne, unterhaltsame und informative Videos zu machen. Bald auch wieder mit weiblicher Unterstützung, da freue ich mich drauf und ihr könnt euch auch darauf freuen. Alright, so, zum Abschluss unserer Sendung zeigen wir euch noch wie gewohnt die neuesten Elektro-Erlkönig-Bilder. Heute mit dabei ist gleich zu Beginn der Mercedes EQV Facelift. Hier scheint es nach den Bildern nach zu urteilen ein paar Anpassungen an der Front und am Heck zu geben. Diese Fahrzeugteile sind nämlich als einziges ganz besonders stark getarnt. Was aber viel stärker auffällt, ist der Innenraum, denn das Cockpit ist komplett abgedeckt. Da dürfte es wohl doch größere Anpassungen geben. Auch vom Maserati Gran Turismo Folgore i V gibt es jetzt neue Bilder. Spannend sind jene Aufnahmen, wo ein Blick unter die Motorhaube möglich ist. Da, wo früher mal der Verbrennungsmotor drinnen war, ist nun alles komplett voll mit Elektronik. Maserati hält nach wie vor daran fest, ein erstes Elektro-Coupé im kommenden Jahr auf den Markt zu bringen. Und auch den neuen Honda Prologue i V haben wir für euch mitgebracht. Ab 2024 soll das auf der neuen Ultium-Plattform basierende SUV auf den Markt kommen. Beim Erlkönig sind große Ähnlichkeiten zu Chevrolet's Blazer i V zu erkennen. Das neue Elektromodell könnte durchaus sehr spannend werden. Ja, was sagt ihr zu den News der Woche? Schade am Herbert Diess, nicht wahr? Aber was glaubt ihr, wird er jetzt genau in Zukunft machen? Und wie wird VW in Zukunft das Thema Elektromobilität voranbringen? Wird Oliver Blume auch zu solcher Gardionsfigur wie Herbert Diess in der Elektromobilität war? Ab in die Kommentare damit, lasst uns darüber sprechen. Ich bin Mait und für euch voll elektrisch unterwegs. Und zwar jetzt des Öfteren mit dem Polestar 2 mit mehr Reichweite und einem fantastischen Infothemen- und Navigationssystem. Mehr Infos gibt es aber in dem eigenen Video über unser neues Elektroauto. Und ansonsten gibt es nur noch eines zu sagen. Schaltet ein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!